hallo Welt, hier ist ganz bei 3 und 4 mit Letzt bei Epic Battle Fantasy 4. Ganz herzlich mal haben wir uns auf den Schlachtenberg neben und was ist sozusagen? Hey Bro, sag was, falls du nicht tot bist, komm schon. Das Geheimnis besteht darin, die Eisblöcke in einer Reihe anzuordnen. Ich wünsche dir, dass du herausgefunden hast. ok ja das hätten wir uns auf den schachten mitgegeben und müssen wir das rätsel lösen und ich habe angst weil es sieht irgendwie gruselig aus wir müssen alle eisblöcke auf die x schaffen die rutschen natürlich aber das war ja irgendwie klar so kommen wir nicht mehr ran das wird eine weile dauern moment das stimmt das stimmt das stimmt was er sagt das heißt runter darüber so moment dann komme ich nicht reset hm 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 da land ist er auch fest ich kann den hier nur nach oben schieben erst mal und dann hier hin und dann kommt da nochmal hin ja 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 Hm. Ich bin mit dem Kunde. Done. Kann ich dich da drüber schicken Das war schon falsch, oder? Demi kann die noch retten, gut Du runter Lieber, und ich stecke fest Hätte eh nicht gepackt Das ist echt heftig, wow Okay Nochmal Ich will die so weit wie möglich hier hinbekommen Dann kann ich einfach aufreihen Nur noch ausfühlen, wie das mit deinem einzelnen geht Und ich lass dich erst mal stehen Du da Der muss außer mit der Fall kommen Ich könnte die Da drüber schicken Sich nach unten Und drüber Jetzt kann ich die Beine aufreihen So So Jetzt kann ich dich so So Da hoch Rüber Rüber Runter Eingepackt Gut Und dasselbe geht jetzt mit dem Block Ja Moment, Moment Ja das ist kein Problem Ich schieb dich einfach nach unten Ich schieb dich einfach nach unten Dann habe ich Platz zum laufen So So Und ab So die Frage was ich mit den letzten beiden hier mache So 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 So. Das funktioniert nicht, oder? Verdammt Was mach ich Ich komm da eh nicht mehr ran Ah Fuck Was mixed Ich kann noch mal Ich kann mich nicht mehr Ich bin natürlich Ah Hatten wir Der Ansatz war ja gar nicht so schlecht Das war falsch Und rüber Die beiden Das habe ich ja einigermaßen raus Puh, das Rätsel Fuck Nein So Eingebaut Noch nicht Aha Ich glaube Ich glaube ich Schau dich mal eher raus Moment halt Hehehe Das muss der weg Das muss der weg Das muss der weg Sonst geht dir gar nichts So Dann dich Das ist Ich glaube ich Ich glaube ich Moment, ich kann die Problemmusik nehmen und ich dann auch, ah, ich hab's, ich hab, hab ich's? Und ich hab's nicht, oder? Hm... Moment doch, ich hab's, ich glaub, ich hab's. Genau, und den Rest kann ich auch noch die Reihe auffüllen. Du gehst da hin, du gehst da rüber und da runter. Und jetzt, ähm, gehst du hoch, du runter, du hoch und du runter. Yay! Wow! Wir bekommen einen Skill dafür, Entrückung, Limit Break, füllen alle Gegner an. Da gibt's einen Waffe, aha. Da gibt's was? Ne, okay. Wir bringen das bei. Wer kann's denn lernen? Typisch speziell. Das heißt, eigentlich, ja... Wie sind eigentlich eure Stats jetzt? Wo kann ich den einsehen? Stats, Leute. Anna. Ähm, Anna hat... Weniger speziell... Met hat viel weniger speziell. Ja, na, das ist eigentlich hier die Spezialbombe. Jo, Entrückung. Verlauf die Levels gleich. Sind das Supernova? Limit Break. Ich kann schon massiven Feuerschaden zu. Äh, wer kann ihn auch lernen? Lenz. Lenz hatte aber schon Feuer mit seiner Atombombe. Yo! So. Äh... Die habe ich ja schon als Max nicht wahr? Noch nicht. Ich habe ja nicht viele Punkte für alles, Max. Okay. Jetzt habe ich eigentlich noch so viele Limit Break Sätze. Auslöschen. Warum nicht? Stimmt. Das sollt ihr auch mal lernen. Ist das ein Limit Break? Das ist eine Tatsache. Oh, das ist gar nicht schlecht. Da hat mit dann ein Heil-Move. Nice. Gut. Ähm... Ich kann Lands noch so lernen. Ich kann allen voll aufleveln. Hier ist alles? ich kann viel erholen sägelblatt ist das für ein element keins warum nicht das klingt passend für lands ich habe wirklich noch nicht voll aufgelevelt das todes pakt nee äh äh so gut äh Heilung definitiv speichern hehehe hallo Peter Moos 1000 Millionen Wellengegner wow äh Was nehme ich gegen euch... Explosion eigentlich? Hat man das nicht einen Explosionsstab? Tatsache... Ansonsten Erde... Äh... Da... So... Und... So... Uh, da sieht der cool aus... Honk... Ne... Buffs... Gut, mehr Schutzengel, warum nicht? Okay, ähm... Große Explosion... Yo... Das macht schon mal ordentlich Schaden... Was ich ganz schön finde... Und das hoffentlich auch letzte... Um... Yo... 52.000... Einfach mal... Okay... Ich sollte heilen... Heil... Ich bin einfach mit der halbe Folge damit verschwindet und habe dieses Rätsel zu lösen... Hehehe... So... 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 Es läuft... Es läuft... Es läuft, es läuft, es läuft... Nächste Welle sind... Ein Hund... Näch... Friss... Ja... Ansonsten weiter... Solche... Ertonen sind auch interessanterweise... Die gerade alle weggekontakt haben... Okay... Ich muss mich hier um den Keilen... Okay... Gut... Sehend damit... Und ... Dolly stirbt... Sehr gut... Dolly... Und Dolly stirbt... Okay... Heilung... Und... Ich würde gerne mal... Entrückung in Action machen, wir... Wir werden halt schon vernünscht. Oder generell die ganzen Limit-Prakes, die ich gesammelt habe. Oder gelevelt habe oder was auch immer. Na gut, schauen wir mal. Oh, der Heilung! Du hast doch noch gegen alle? Ja. So. So. Und weggekontert. Yo. Äh, die haben jetzt noch einen Zug, verdammt. Mhm. Ja, der immer noch so effektiv wie es aussieht. Yo und yo. Aber natürlich weniger. Feuer. Feuer? Hm. Okay. Mach mal zu. Passt. Nein. Man sollte die Schnecke töten. Und das heißt auch nicht. Natürlich reicht das. Nee, ich bin eingefroren. Hilfe! Ah, danke. Wow. Das war ein heftiger Konter. Du kannst den Kink heilen. Heilen, 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 heilen. Wow. Äh, immer schwach gegen Erde? Tatsache. Los, Eiche. Töte sie. Also, besser auf den einen, der einfach spürt. Hehehe. Wups. Na ja. Und was bist du noch schwach? Eis, Wasser, Explosionen. Ich kriege einiges. Da. So. So. Hehehe. Ich werde vielleicht mal Slime Bunny beschwören. Bevor ich noch eingefroren werde. Und jetzt kommen noch einige Wellen. So kann es nicht schaden. Äh, wo ist er denn? Und hier sind Drachen habe ich auch noch. Kann ich mal einsetzen. Ähm. Und das Ding. Äh, Slime Bunny? Yay. Kaboom. Hehehe. Ein Bär. Und mehr Eisgegner. Natürlich. Hier ist ja zum Glück habe ich Regina drauf. Hehehe. Das habe ich voll geplant. Yep, yep, yep. Uh, keine Erdschwäche mehr. Ah. Dann muss ich halt Feuer. Yo. So. Und. Ich sehe gerade, der Messer mit Drackel ist gleich bereit. So. 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 Äh, Aku Sekusan. Schlaut den Bösen. Ich habe keine Ahnung, dass das wirklich heißt. Hehehe. Okay. So. So. Ich werde ihn mal auswechseln. Jetzt hat es passenderweise auch noch gerade die richtige Waffe dabei. So passt das doch. Wow. Oh. Das sah schmerzhaft aus Zurück Und Machen wir Gift Feuer Und mehr Gift Wow Für ziemlich berg schmerzhafte Statuseffekte Mh Anna aufheben Äh Feuer Feuer auf einmal Ist Anna Überraschend nützlos Plötzlich sind wir noch betäubt Ups Boom Yeah I Schützengel Aufheben So Kugelhölle Schluss Und Kaboom Yay Oh Oh Das gibt's noch nicht Hehehe Kaffee Power Schippen wir mal die Limit Pracks für die nächste Runde auf Ja Heilen Oh Es kommen noch Drei Hehehe Oh Das überlebt sogar Krass Ah Hm Mh Hat Lensicht eigentlich den Da Problem gelöst Das war auch cool Äh Erzschwäche 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 Das Überlege ich gerade Das Also müsste der Exkursion nicht auch effizist sein Müsst Wir Mal dann kurz gucken Hehehe Äh Nope Okay Kann man den Erdstab Ja der Blumentopf Das ist Müsst Um Drei Entrückung Wow Kaput Der ist nur heiß natürlich Der hätte ich keine Supernova gebrauchen Na gut Ist der auch schwach gegen Erde? Nein nur gegen Feuer Hallo Framerate was geht? Ich würde das Problem eigentlich lösen Ja hat's Gut Äh Feuerwaffe 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 da Sehr gut Geht doch nichts über ein Total Particle So So Und Kaboom Ne Sind die nass? Tatsache Schwernerei Kaffee Mal heilen die Gruppe hier Oh Oh Ich hab gesagt Kein Mann mehr auf Mad Oh er brennt Nice Und die haben eine Mitbrick Noch nicer Da kann ich für die Hunde Heilung Ignorieren und auf das Flammherz wechseln So Dann nutzen wir mal Death Metal Sehr gut Sehr gut Gut Heilen Und Und Töten Im Idealfall Ich hab kein Mann mehr Äh Cupcake Power Los Uh Das hab ich gerade so überlebt Wow Geopanzer was geht Hä Brauchen wir zum ausgewichen Seriously Und kaputt Danke Wack Dammit Ich hätte sie halt kommen sehen Ganz im Ernst All der Monolithen Mehr Heilung Ja Wack Hör Wack 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 Was Wack 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 Und ich bin höchstwahrscheinlich tot, weil die alle aufgeladen sind. Es sei denn, ich kann mich heilen. Manche von euch werden sich jetzt vielleicht lieber Stöps in die Ohren stecken. Ich kann mich selbst nicht reden hören. Yo! 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 Verdammt! Hi, Dad! Woops! Das hätte ich vielleicht so einen besser planen. Yo, ähm... Dö! Hahahaha! Warum passiert das immer? Ähm, gut, ich bin in Kano 2, 3 und 4. Das war das Play Epic Battle Final Fantasy 4. Bis zum nächsten Mal. Tschö!